Zurück zu Devil May Cry 4. Wir sind hier stehen geblieben und hier. Chrono-Schlüssel beginnt im Einklang mit der Maschine zu vibrieren. Sie haben Chrono-Schlüssel benutzt. Und jetzt sollten wir hier, glaube ich, nach oben kommen. Ja, durch die Klingen. Wobei ich das für sehr gefährlich halte, aber ey. Auf mich hört ja hier keiner. Komm schon. Dankeschön. Und wir sind durch. Und wo sind wir denn jetzt gelandet? Auf jeden Fall an einem Ort mit so einem Ding. Hallo? Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich habe ihn doch getroffen. Sah aber gerade nicht so aus. Okay. Dann bekommst du die dreifache, vierfache Zerstümmelung von mir. Extra. Ich glaube, auch du hast nicht den Hauch einer Chance. Aha. Im Ende müssen wir nichts spezifisch rätseln. Gerade. Der Flügeltalisman beginnt im Einklang mit der Maschine zu vibrieren. Sie haben den Flügeltalisman benutzt. Okay. Oh, auf der anderen Seite wäre noch so ein blaues Ding gewesen. Okay. Können wir das nochmal verwenden und runterfliegen? Also runterkommen? Schade. Und jetzt? Hm. Ach, das ist ja der Thron oder so. Wo die doch am Anfang waren, oder nicht? Also, der Saal hier. Machen wir das mal kaputt, weil wir es können? Ja. Ist gut. Könnt ihr mal aufhören, hier auszuweichen? Kann ich euch mal packen, oder geht das nicht bei euch? Äh, muss ich das mal den Dämonen-Style rausruhen für euch, oder was? Eigentlich habe ich das nicht vorgehabt. Aber, wenn ihr es so weitermacht, muss ich das schon fast. Dankeschön. Kannst du den uns aufhalten, du kleiner Wicht? Ich glaube nicht. Meine Fresse, das war gerade eine ziemliche Geburt. Und da kamen wir, also gehen wir jetzt da lang. Ziemlich praktisch, wenn man nicht mehr weiß, wo lang man gekommen ist. Da gibt es auch noch so ein Rätsel. Das könnt ihr gerne machen für euch. Aber, ne, ich nicht. Tut mir leid. Da muss ich euch leider enttäuschen. Was hat dir so lange? Da, ante. Ooh. Das sieht doch mal nice aus. Noch mal ein Kampf gegen Dante? Dann kommt also jetzt der Ernstfall dran. Ich glaube, da hast du gar keine Chance. Was willst du gegen uns tun? Wir sind nicht mal im Dämonen-Style. Wow, du hast mich mal getroffen. Nicht schlecht. Ich habe mich mal kurz geschützt mit dem, was ich da gemacht habe. So, und jetzt gibt es nochmal einen Schwerkampf voll auf die Palette und tschüss. Das war doch mal ein cooler Bossfight. Das war's. Ich habe noch nicht gewonnen, Junge. Was ist das Problem? Warum die Glare? Es sieht aus, dass du mich gerade aus dem Beginn hast. Diese Waffe war für unsere Welt aus den Demen. Ich kann nicht so etwas von diesem Art von Kraft fließt, ob ich? Es muss in der Familie bleiben. Ich brauche das. Dann bleib es. Jetzt, dass du dich calm und cool bist, weiter geht. Frieden mit Dante. Nicht schlecht. Oh ja. Ja, das stimmt wohl. Beide sind cool. Auch Virgil. Ach, jetzt kommt die. Gloria. Und wir jetzt mit ihm kämpfen oder wie? Hey, Trish. Das wusste ich gar nicht mehr, dass es Trish ist. Du bist mir einer, Dante. Aber geil, Trish ist einfach eine geile Frau. Also wer die nicht geil fand, also... Ich weiß auch nicht. In der Anime-Serie habe ich die gefeiert. Mit Lady zusammen. Gehen Sie zurück. Gehen Sie zur Rückseite des Hauptquartiers. Machen wir doch. Ich hoffe, jetzt sind wir gerade nicht mit Dante unterwegs. Sondern mit Nero immer noch. Sonst müsste ich mich da noch einfügen lassen dann. Okay. Nero sind wir also immer noch. Dann mal gucken, was wir denn hier so aktivieren können. Aha. Ja, dann ist es ja... Äh, nee. So geht man hoch. Äh, nee. So auch nicht. Das muss ein bisschen schneller gehen. So. Funktioniert das richtig? Was kommt denn jetzt für Gegner? Geistis? Oh. Wie? Äh, muss ich einfach immer recht behalten? Ich... Ich muss mich leider so bewegen, denn... Sonst wird es ein bisschen nichts... mir kaputthauen von den Geistern hier. So. Dann kommt schon wieder einer dran. Zum Glück kamen wir jetzt hier an die roten Wände ran. Früher kam hier eine Hand raus. Ein Double McCry 3. Was ich sehr scheiße fand. So musste man immer noch... Den Raum einberechnen. Dass man nicht auf die Fresse kriegte. Ach so, das war hier. Ähm, müssen wir jetzt hier auf die Plattform stehen oder wie? Ach so, die müssen wir zuerst runter holen. Na gut, das wird dann leichtes sein hier hoch zu kommen. Ich dachte, jetzt kommt ein irres, schweres Rätsel. Aber... Sie meinen es nicht mit mir zu meinen. Ach so, dort hinten kämpfen die. Und hier hat das noch mal so ein rotes Dingens... Kirchens. Auch nicht schlecht. Jetzt sind wir eine Tasche höher wieder. Oder sind wir wieder am gleichen Punkt? Hä? Also wir prügeln zuerst mal diese edle Statue ins nächste Dimensionsloch. Wir brauchen Doppel-S dann wahrscheinlich. Was? Triveless. Also haben wir Smoking Six Style. Auch das hätten wir erreicht. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Nee. Und jetzt? Wir sind ja wieder zurück gewesen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, halt die Fresse. Wenn wir jetzt wieder hier sind. Wir kommen ja von hier. Sollen wir nach unten springen? Ich glaube sehr weniger. Irgendwas haben wir übersehen. Wahrscheinlich darf ich das auf Screen suchen. Das meinte ich. Wenn ich nämlich einfach nur mal vorankomme, dann wird es kein Problem sein. Ich springe einfach mal drüber. Geht auch nicht. Ja. Aber wir können doch immer wieder zurück oder was? War das nicht so? Wir können also jetzt nach oben und unten wie wir wollen. Ich glaube ihr seid im falschen Ort. Ah. Jetzt geht's auf. Ich wollte schon gerade sagen, wie kommen wir hier durch? Aber man kommt so durch. Auch nicht schlecht. Nicht. Nächste Speichereinheit. Hä? Ach so. Ich weiß wie das gemacht. Ach so. Jetzt sind wir wieder unten oder wie? Okay. Auf jeden Fall haben wir es eingesammelt. Was wir einsammeln wollten. Dort drüben könnte man sich noch das Leben auffüllen. Wenn man denn möchte. Aber wir werden spannend hier hochgehen. Sobald wir können. Im nächsten Part. Tötele. Tötele. Bill...